Zieh ich mir an den Start. Foto machen. Hochladen. So. Ein Foto haben wir schon mal. Gegen Popstar. Wir sind mal runtergesprungen. So. Fotografieren Sie Popstars in Flagranti. So. Ich hoffe das Foto geht so. In Ordnung. Warten Sie bis Popstars Leute zu den Docks aufbrechen. Gerne doch. Geht er auch mit? Okay. Oh da leuchtet was. Folgen Sie Popstars zu dem Deal. Ist ein Gesundheitsschrein. Beschwatzen Sie die Wache um an ihr vorbeizukommen. Was geht jetzt ab? Ich kann das nicht tun. Hey. Was machst du hier drin? Ich lebe hier. Ich muss schlafen. Geh zum Boden. Geh. Geh. Komm schon. Lass mich hier vorbei. Boah. Boah. Oh Gott. Disgusting. Oh shit. Ach dann. Wir haben jetzt einen auch betrunken gemacht. Und er kotzt einfach mal so hin. Auch nicht schlecht. Ja kriegst du dich mal wieder ein? So was ist das? Ach diese Statuen. Die dem einen Kung Fu Meister geklaut wurden. Ah. Warten Sie bis der Deal abgeschlossen ist. Okay. Können wir von dem ein Foto machen? Geht nicht. Hm schade. Codename. 35. 35. 35. 35. 35. 35. 35. 35. Okay. 48. Ja alles. 48. Und? So. Schnell. So. Nice. Okay. Der den erschossen. Rufen Sie Teng an. Okay. Wohren die jetzt? Ist Popstus jetzt gestorben? Ah nein. Popstus hat den anderen getötet. Doch Popstus. Ah nein. Okay. Steigen Sie wieder in den Hühnerlasten. Nein. Nicht runter. Oh. Wir haben fast runtergesprungen. Nein. Warum rennst du denn wieder? So. Komm ich hier hoch? Nice. So. Gehen wir wieder zum Hühnerlaster. So. Rein damit. Fahren Sie zum Hühnerlaster zur Undercover Central. Okay. Oh. Komm schon. Können wir den nicht einfach vom Motorrad rammen? Komm. So. Wow. Das war hart. Was ist das jetzt? Komm. Krieg mal. Komm schon. Komm schon. Ach komm schon. Jetzt. Jetzt. Nochmal. Der will auch nicht abhauen. Ich glaube wir fahren in die falsche Richtung. Kann das sein? Gewendet. So. Und weiter geht's. Jetzt hängen wir die ab. Ja. Jetzt haben wir sie abgehängt. Raus aus dem Preis. Sehr nice. So. Fahren Sie die Hühnerlaster zur Undercover Central. Kein Problem. Da ist ein Polizistenmotorrad. Egal. Aber schnell fährt das Ding wirklich nicht. So. Wow. Weg hier. Weg hier. Nein. Die fahren hier aber auch wie die Verrückten. Unglaublich. So. Hühnerlaster. Rein hier. Was war das? Hast du nicht gesund angehört? Okay. Schön gemacht. Wie kann der mit uns reden? 2. 1. Wir haben Sachschaden bekommen. Mal schade. Und? Stufe 2? Ja. Zu den Upgrades. Was können wir upgraden? Wei kann Zeitlupe zielen, während er bewaffnet von einem Fahrzeug springt? Ja. Kampfluss und Waffen. Ja. Nahkampf-Upgrade sehe ich. Können wir hier auch was upgraden? Angriffschlag. Angriff nach einem Trackling. Ihr Knieangriff betäubt geht. Naja, das kaufen wir noch. Wieso geht das nicht? Ach, wir müssen wahrscheinlich die Statue erst zurückbringen. Naja, egal. Okay, nice. So, was haben wir jetzt? Die Jade-Statue zurückbringen. Pannenhilfe. Pannenhilfe. Eine ruhige Fahrt. Genau, machen wir mal eine Nebenmission. Eine ruhige Fahrt oder Pannenhilfe? Wir machen Pannenhilfe. So. Gib mir dein Motorrad. Runter da. So. Hilf mir aus dem Arsch. So, weiter geht's. Das Motorrad geht immer richtig ab. Wow. Wow. So. Pannenhilfe. Hilfe anbieten. Ja, wir reparieren das. Wow. Das hat mir Geld geklaut. Das hat uns Geld geklaut. Dich kriegen wir. Dich kriegen wir. Ne, du entkommst mir nicht. Du bist Arsch. Du bist Arsch. Du bist Arsch. Klaus ist einfach 1000 Euro. Röntgen Dollar. Nee, der kann ja gar nicht angehen. Oh, ja toll. Nein, ich möchte nicht schwimmen. Hoch da. Doch, dich bekomm ich schon. Ja, wohin rennt denn der? Der kann ja hier nur ins Wasser, oder? Ja, der ist eine Sackkasse rein. Niemals. Da sind noch zwei. Die gehören wahrscheinlich zu dem, oder? Okay, so. Sorry, nicht sorry. Jetzt gibst du mir dein Geld wieder. Können wir nicht ins Wasser reinwerfen? Okay, das war fair. Gib mir mein Geld wieder. Sprungkick. Ich hab geblockt. Oh, komm schon. Jetzt aber. Jetzt geben wir dem. Okay, einer ist weg. Block, block. So. Auf dem Boden mit dir. Boom. 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 Gib mein Geld wieder her. Mein Geld, hab ich gesagt. Wir, wir, den packen jetzt einfach. Boah, ey, was willst du von mir? So, jetzt. Geld her. Boom. So. Ansehenerfahrung. Okay. Haben wir unser Geld wieder zurückbekommen. Tolle Pan-Hilfe hier. Unglaublich. Unglaublich. So, die Jade-Status zurückbringen machen wir eben. Die wir gefunden haben. In unserer vorherigen Mission. So, wir brauchen ein Auto. Gibt's hier was Schönes? Irgendwo auf der Straße? Don't stay out, Bahn. Genau, unser Motorrad müsste hier noch stehen. Da ist es ja. So, nimm es. Oh, jetzt verlegen es hier. Hab ich auch noch nicht gesehen. So, weiter geht's. Jetzt schon. Komm, jetzt so. Wheelie. Wo, okay. Lenken mit Wheelie ist nicht gut. So. Also, Motorrad. Das schlittert hier ziemlich. Wo. Also, es schlittert sehr bei Regen. Egal. Wir lassen uns nicht aufhalten. Wo? Boah, ey. Geht nicht ab hier. So. Kein Problem. Komm weg damit. Hier haben wir doch letztens... Genau, hier haben wir letztens gefällt, die Schläger zu besiegen. Weil jetzt so ein Summerringer kam. Egal. So. Hier. Meister, hast du deine Statue wieder zurück? Die Schlange. Ich bin dankbar. Ich muss es zufrieden, dass ich dich zurückgekommen bin. Ich habe es gehofft, dass du die Schlangenstatue auskommst. Eskommst diese Inizierung. Also, wir haben die Schlangenstatue gefunden. Eskommst diese Probleme. Wir haben sie mit uns genommen, als wir gingen. Also, die kommen zurück hat nicht viel verändert. Okay. Wie viel Statue müssen wir noch zurückbringen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 10 Stück noch. Was würde ich lernen? Okay, wir lernen... Power-Knie-Attacke. Ja. Das war's. Power-Knie-Attacke. Okay. 1, 2, halten. Ah, jetzt wird er betäubt, so. Fall um. So. Drücken? Ja, mach ich doch. Ah, die Schüler besiegen, okay. Die besiegen wir doch nach links, die können doch gar nichts. Das sind ja nur Schüler. Wir haben uns wieder unser cooles Outfit an. Ja. Wir melden uns immer gerne wieder. Okay. So. Power Knieattacke. Yeah. Mitte Luft. Eins. Nicht? Jetzt hat er zum Torer gehauen. Eins, zwei. Knieattacke. Boom. Okay. So, wir machen euch noch einen Gefallen. Was war da? Tings T-Shirt. Okay. So. Hier links. Okay. Also das Motorrad gefällt mir. Sonst müsste wir haben. So. Was können wir für dich tun? Einfach langweilig. Ja, gerne doch. Geh mir ein paar klassische Geräte. E-Mail sie über, wenn du sie hast. Alles klar. Zum Tempel gehen. Fahren wir mal. Wo ist unser Motorrad? Ah, da. Steig drauf. Nimm das Motorrad. Der möchte nicht drauf. So, jetzt. Ich schlittert bestimmt wieder. Sorry. Geil. Yeah. Jetzt ist vorbei, dummer Bus. So. Fahren wir zum Tempel. Und machen Fotos. Die T-Shirts von der. Wo? Aber da oben ist ja schon der Tempel. Weg mit euch. Hahaha. Okay. Komm ich hier rein? Ah, jetzt haben wir das Motorrad hier in den Weg gestellt, oder was? Komm. So. Kommen wir nicht rein. Ah, jetzt. Okay. Gehen wir jetzt zum Tempel hoch. Renn schneller. So. Machen wir mal ein geiles Foto hier. Smartphone öffnen und Foto. Da ist eine Statue. Die nehmen wir mal mit. Okay. So. Zum Damm des Highways gehen. Und dann beeil dich mal. So. Wie lange doch hier läuft. Kann nicht einfach runterspringen. So. Helm aus dem Arsch. Und weiter geht's. Ring. Da fahren wir zusammen. Dann würde ich sagen, machen wir diese Nebenmissionen. Zu Ende. Und dann war es das wieder mit der Folge. Weil Nebenmissionen müssen wir ja auch machen. Nicht die ganze Einfache. So langweilig durch. Wow. Ach so scheiße. Ich will euch hier auch so ein bisschen vom Spiel zeigen. Vom Open World Faktor. Einfach so rumfahren. Ist auch nice. So, wo gehst du hier runter? Okay. Fährt sich ziemlich nice das Motorrad. Oh, oh, oh. Okay. 400 Meter noch. Dann sind wir da. Back here. Oh. So. Machen wir eben ein Foto. Okay. Jetzt hat sich das Wetter geändert. Sonne. Das ist ein Rote. Das ist ein Gegner, glaube ich, auf der Karte. Ah, final. Okay. So. Sonne fotografieren. Okay. Yeah. Ansehen. Zum Spiel zurück. Ja, dann bedanke ich mich wieder bei euch fürs Zuschauen, Leute. Und dann sehen wir uns im nächsten Part, wenn es wieder heißt Leaping Dogs und Micro Shrubble. Bis dann. Bis dann.